Was geht ab Leute, euer Fraps ist hier heute mit einem ganz kurzen, knackigen Video. In dem Video zeige ich euch auf jeden Fall, was jeder Rettet die Welt Spieler kostenlos erhalten wird. Und zwar bekommen wir dank Epic Games einmal den Gleiter Wilde Streif und die Spitzhacke Rosenschimmer, wenn wir Rettet die Welt besitzen. Das heißt, alle unter euch, die Rettet die Welt haben, sollten diese Belohnungen abholen. Ansonsten, falls ihr Bock auf die Spitzhacke bzw. auch auf den Gleiter habt, dann geht hin, kauft euch Rettet die Welt, dann sollte euch sowas normalerweise gut geschrieben werden. Wir sammeln das einfach mal ganz kurz und knackig ein und schauen uns das Ganze an. Wir haben hier dann nochmal ein Event, was jetzt halt angekündigt worden ist, dazu aber in einem separaten Video mehr. Dann habe ich hier irgendwie komischerweise die Stufe 3 von Lynx verdient jetzt gerade hier oder Stufe 4. Ich weiß nicht warum, komisches Ding auf jeden Fall. Wir schauen mal einfach ganz kurz rein. So Leute, das ist auf jeden Fall hier die Spitzhacke. Sieht ganz cool aus für das, dass es kostenlos ist. Der Sound ist auch mega geil, also da kann man sich wirklich überhaupt nicht beschweren. Dann haben wir nochmal einen Gleiter bekommen, den können wir uns ja auch nochmal ganz kurz anschauen. Wilde Streifen, der ist jetzt nichts Besonderes, den finde ich jetzt nicht so cool. Also mit dem würde ich jetzt nicht so unbedingt spielen. Aber wer möchte, kann sich den natürlich gerne gönnen. So viel auf jeden Fall dazu. Wie gesagt, ihr müsst noch Rettet die Welt besitzen, um diese ganzen Sachen hier zu erhalten. Wenn irgendwelche Fragen sind, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und Freunde, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne meinen Supportor-Creator-Code FRPZ-YT eingeben. Es wird auf jeden Fall bald für alle Leute, die meinen Creator-Code eingegeben haben, ein Gewinnspiel online kommen. Dazu in einem separaten Video mehr. Das soll es gewesen sein. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.